So, seid ihr bereit? So, willkommen zu Song of Iron. Wieder mal. Das letzte Mal haben wir gezockt, das war letztes Jahr im... August? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht mehr. War aber gut, also wir waren gut im Spiel, haben Bock gemacht und wir machen jetzt weiter. War ganz nett, ne? Ich würd sagen, Fabian, du fängst an oder Hanno, willst du anfangen? Ne, mach du mal. Ne, ich muss erst mal die Batterien weg, ich hab jetzt keine Zeit. Ne, gib her. Achso. Geh mal auf Fortsetzen. Ich hab mir vor ein paar Tagen mal die letzten 5 Minuten geguckt. Noch ein letzten Video. Da kann man noch nicht weiter. Doch, ich weiß nicht wie. Und wir haben auch die neue Rüstung, die können wir aktivieren. Ich weiß nicht mehr wie. Ich teste das mal aus. In der Zwischenzeit wechsle ich mal kurz die Batterien. So, was ist denn in der Höhle? Diese Schuhe, ne? Das ist ja Wahnsinn. Hauptsache 12 Grad in der Wohnung. Aber Eskimo-Schuhe ohne Energie. Und wir frieren uns hier die Füße ab. Naja. Dafür gibt er Geld, oder weißt du? So ein Computerstuhl. Also erstens, den hab ich geschenkt bekommen, beziehungsweise den wollten sie wegschmeißen, dann gehen mit. Zweitens hab ich den damals zu meinem Geburtstag bekommen, zu meinem 30. Hast du den nicht gekauft? Das ist mir schon klar. Ja, also. So, ich muss mal kurz deine Batterie wechseln. Du hast nix gekauft. Alles Sperrmüll. Was? Der Greenscreen ist Sperrmüll. Moment, der Greenscreen ist ja wohl super. Irgendeine Pappe vom USB-Wertstoffhof. Nee. Der ist doch von meinem Fernseher. Das ist der Karton. Der hab ich gut angemalt. Hallo? Der Sieger. 11 Euro. Bei Hornbach. Damals. Moment mal. Warte, warte, warte. Noch hört man dich nicht. Noch hört man dich nicht, Heino. Oh, jetzt ist es direkt gescheit. Halt. Ja, ist nicht schlimm. Sag's mal nicht. So, du bist wieder da. Du bringst auch was da, die Batterie. Super. Hä, wie war denn das nochmal? Warum läuft denn der so langsam? Ich wär bepackt. Ähm, ich glaub linken es dick rein und dann sprintest du, glaub ich. Ah ne, irgendwie war da was. Du kannst auch die Waffen, kannst du auch in Brand setzen. Komm mal ein bisschen nach vorne. Und du auch ein bisschen weiter nach vorne. Und du stehst ja eigentlich mit dem fetten Versace-Arsch auf, ne? Was ist der Schiff wieder weg? Oh Mann. Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Fetten Versace? Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Ah. So. Ah, hier links unten musst du gedrückt halten. Okay, wie gesagt ist es wirklich zig Monate her, als wir gezockt haben. Aber läuft noch alles, ne? Du musst irgendwas hier, ähm... Oh, ich hab' die Brocken schon wieder sehen. Du musst hier wieder schieben irgendwo hin. Ne, du musst links raus. Wir müssen an die Oberfläche wieder. Genau weiter links. Und gleich kommst du irgendwie hoch. Ne, du bist zu weit links. Ne, wieder zurück. Da, 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 da kamen wir ja. Du musst nämlich nach oben. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Ja. Hast du das Spiel umgestellt? Hab' ich nicht. Ja gut, die Frage ist, wie viele suchen in der Song of Iron? Das ist aber nicht jeden Dieb, siehste? Ja, bin dabei, bin dabei. Was komm ich denn jetzt hier raus jetzt? Hier auf, auf zweitem Monitor. Ah, hier, warte mal. Warte einmal, ich bin nur vorbei dir. Ach, den muss ich da schieben hier bestimmt, ne? Hab'n wir nicht da hingeschoben? Hab'n wir da hingeschoben? Schand' er nicht draußen und wir haben den reingeschoben? Ne, wir müssten doch hier irgendwie raus. War das nicht hier? So. Wunderbar. Rücksicht doch. Genau, jetzt musst du da oben lang. Ah, wie ich gut. Und aufpassen, gleich fällt's wieder runter. Dann musst du rüberspringen. Ja, ja. Ja, ja. Äh, test mal eben jetzt die ganzen Waffen nochmal. So, mit, mit Flammen und wie du die Rüstung aktivierst, dass du schneller bist. Okay. Am besten noch. Geht alles. Alles klar, funktioniert alles. Test, test, check, check. Ja, man sieht's doch, oder? Ja, klar. Man sieht alles. Man sieht unten den, oder? Geh' doch mal da links jetzt rüber. So, so. Das geht gar nix mehr. Haben wir keine Waffen mehr dabei? Wer hat man heute schwer gehabt? Wo hat Anjo eigentlich den Game of Thrones Jogginganzug her? Äh, ist das ein Pullover? Zweitens gab's den bei EMP damals. Game of Thrones hat er übrigens. Hol lieber vom Primark, den der hält 20 Jahre, der von EMP anscheinend nur sechsmal tragen. Ich hab keine Waffen mehr. Geh' mal her, ey. Ja. Wir haben doch, wir müssen noch Waffen haben. Wir haben keine Waffen mehr. Ich glaub, die Alte war hier. Ich glaub, die Alte war hier gerade geworfen. Ich glaub, die Alte war hier. Okay, also. Aktivieren fest die Rüstung auf Digitalkreuz nach oben. Wir müssen mal boxen. Wir müssen mal durchboxen. Warte mal. Warte mal. Alles gut. Da kann man hoch. Wo sind jetzt die Waffen? Was? Was? Wie hab ich ihn denn getreten hier? Was ist denn scheiß? Guck mal ins Inventar. Das ist mal ne Ansage, würde ich sagen. Ja, Sprü... Ja. Sprüge noch auf. Haben wir ja... Ein Inventar. Ein Inventar, Robin. Lass und Scheiß hier. Irgendwo da muss ne Axt legen oder so. Wo hier? Die hab ich vorhin geworfen. Ehrlich jetzt? Ja, weiß ich mehr welcher... Ja, mach mal hier. Äh... Nimm mal neu. Ich hab die vorhin geworfen. Irgendwo da muss ne Axt legen. Ey. Das ist ja auch geil. Ehrlich. Gefeihte Haino. Ah, das ist ja schwer, siehste. Gefeihte Haino, wo ist die Axt? Äh, im Gegenteil. Das hat mich da hinten irgendwo hingeworfen. Herr Hauptmann. Ist das wichtig? Hä? Wo waren wir hin? Springen? Äh, Sprinten Haino? Ähm... Vorne links. Was heißt hier bei denen? Ja, hier da. L... L... LT glaub ich. Oder RT. Okay. Also Rüstung aktivieren ist oben Digital Kreuz. Oder auch nicht. Links ist... Ne, rechts ist Rüstung und links ist Flamme. Er verbraucht das alles jetzt schön. Ja, hast du eh und endlich von... Wie hast du den mal gezogen? Du musst ihn schieben. Von der anderen Seite. Ich weiß, ob man zielen kann. Weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, Digital Kreuz rechts machst du die Rüstung aktivierst und dann äh... Digital Kreuz links machst du... Jetzt hab ich... Er hat wieder geworfen. Ich hab... Kann man das wieder einfangen? Ja. Die Frage ist, ob du es wieder findest. Da liegt's. Da liegt's. Da liegt's. Warte mir nur nicht, wie ich glaube, runter drücken vielleicht. Irgendwie. Steuerkreuze unten wahrscheinlich, oder? Ich glaube, du aktivierst so die Fähigkeiten. Ja. Oh. Direkt alles, aber nicht das Richtige. Äh... Nein. Ist Rüstung. Ist Rüstung. Scheiße. Wie kann man das nennen? Wie geht's denn nochmal? Jetzt ist es weg. Nein, ist sie weg. Despawned. Kann ich despawn sein? Da ist... Quatsch! Neuladen. Weil ich kann jetzt... Dann guck dir jetzt erstmal, bevor du neu läst, äh... Wie man die... Was man... Oh, und geht denn da hinten? Hä? Ich verstehe das manchmal nicht hier. Ja, da haben wir uns auch in dem ersten Links da, äh... Wo Aufkrieg übergestaubt ist, die man hier etwas behindert ist. Ja, ist eh egal. Du musst jetzt eh gleich wieder neu laden mit Waffe. Achso. Mit R... B. Okay, RB. Ja, dann machen wir mal ein Menü hier und dann neu laden. Ohne Waffe ist jetzt scheiße. Hauptmenü? Achso. Und dann fortsetzen. Sollen wir nochmal anfangen für YouTube, oder? Kannste schneiden vor allem so. Ich schneide dir überhaupt nix. Vor allem den Grimmelpreis für uns. Ach, der Grimmelpreis. Also mit Y wirfste. Okay. Also, lass den Finger von Y. Da sind wir da auch immer geworfen, neu aufgenommen, geworfen... Ja, aber damals haben wir auch andere Waffen, die da oben lagen. Es ist also nur ein Schwerfer, der in die Pampa nicht mehr aufheben kann. Wo geht der jetzt zurück? Wenn ich jetzt so mache... Jetzt geht der zurück? Ich glaube, reindrücken war, äh... Ausweichern nach hinten. Oder? Ist aber sehr sensibel dann hier. Okay. Habt ihr Jogginghose geschickt? Sag mal Meinung. Okay. Sind wir hier in einem Modestream, oder was? Der soll dir eine Meinung sagen? Der? Ja, sehr. Ist das hier verwaschen, oder muss das so sein? Das muss so sein. Verwaschen. So verwaschen. Alter, wenn du auch so ein Waschbrett gewaschen hast. Der Grün ist nicht so meine Farbe. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Der mit dem Blau, Rot, Weiß, Schwarz ist gut. Ey, du siehst... Der andere ist auch okay. Du siehst aus wie... Wie hieß der? Der Typ hier damals bei der Wochenshow, äh... Nicht mal... Wie hieß der nochmal? Ja. Hallo Juju. Weißt du noch jeder, was der Pastewka mit dem Jogginganzug? Also den zweiten finde ich am besten... Was der Pastewka? Dann den dritten und dann den ersten. Der war bei der Wochenshow, hatte immer diesen Penner gespielt mit dem Jogginganzug. Wie hieß der nochmal? Aber der ist der Grün, der war doch besser, Robin. Nein. Der Grün... Schieb ihn mal nach vorne. Vielleicht kannst du dann weiter schauen. Der ist gut, aber der Grün ist nicht meine Farbe. Der ist nicht das Loch. Der kann das nicht erkennen. Gold. Der ist richtig. Aber ich denke, dass du da auch besser rüber springen kannst. Weil du mehr Höhe hast. Von hier jetzt meinst du? Ja. Ah ne, vergiss das. Einfach alle kaufen, das geht auch. Ja, da kannst du einen Einladen abgeben. Ja, schieb runter. Und dann... Und dann... Wir müssen eh da rüber springen. Wir müssen hier auf die andere Seite rüber. Aber du musst ja mit Rüstung aktivieren und rüberjumpen. Wollen wir nicht mal beim Podcast so eine Art Modenschau machen? Nein. Dann einer zieht sich um und andere bewerten das dann? Scheiße. Halt, die behindert? Wo seid ihr? Wieso? Kannst du Karte oder... Ja klar, ruf dir heute die Club an. Oh mein, die Süßen, die sind so super. Nein. Wir sind Werdungskarten auch. Drei. Ja. Negativ. Ich bringe alle meine Anzüge mit. Gut. So machen wir's. Im April. Dann können wir bei Antor hat einen Balkon großen. Dann kannst du da so rein walken. Rein walken. Ja. Und wenn ich noch seine Webcam machen, wir aus vier Kameraperspektiven wie du rein walkst. Ja. Von meinem Balkon aus. Genau. So, das ist die gleiche... Ja, wirst du aktivieren? Dann musst du los springen und dann kurz vorher springen mit rüberkommen. Das hab ich doch... Ich schaff's. Du schaffst das. Ich glaub' man nicht. Kannst du mal ins Quest kommen mit Jogginganzug? Oh ja. Geht's mir nicht. Dann kocht der Anjo besonders lecker für dich. So. Jetzt. Dann muss ich rüber springen. Toll. War zu früh. War ich doch schon. Ja, ich weiß. Kannst du nochmal kommen. Dann kocht der Anjo richtig lecker für dich, wenn du im Jogginganzug kommst. Ich kann das nicht sehen, richtig. Für wen muss ich jetzt kochen? Ich sag' wenn der Robin mit dem Jogginganzug ins Gewäss kommt, dann kochst du einen besonderen lecker für ihn. Wer sagt das? Ich? Warum? Ja. Wieso nicht? Ich kaufe ja keinen Penner. Für 100 Bits sehen die Sachen schon anders aus. Du bist ja billig. Ich will doch nicht aussehen wie ne Weihnachtsgans. Das war jetzt meine Cola hier, oder? Ja. Und? Zu früh. Was ist ihr da? Ja, wir kommen da nicht rüber. Müssen wir da überhaupt rüber? Ja. Wir müssen da oben weiter. Guck mal, ist mir wichtig als die hier. Oh, 10 Bits. Danke Robin. War mir die Hundeackasse? Ja, erzähl das auch. Was sind denn 10 Bits? 10 Cent. 10 Cent. 10 Cent. Kriegst du ein Mayo bei uns? Noch nicht mal. Noch nicht mal. Das puft mich. Die Tage sind voll, die Tage sind zu Ende. Aber hier mit Mayo. Robin, vielen Dank. Mein Steuerberater freut sich. Wo soll man denn da abspringen? Hier. Wie ist das? Geht los. Ja, das nervt, ne? Mhm. Es gibt so viele Spiele. Kannst du auch, oder? Kann man hier nicht, oder? Sacken sind nur Deko. Pass auf. Treppen sind nur Deko. So. Hä? Ja. Das war's mit der Demo. Ach, warte mal. Das war die Scheiße Stimbo. Das war's mit der Demo. Nee, warte mal, du musst doch irgendwie runterkommen. Oh, geil. Ah. Aha. Jetzt riechst du... Ich wollt schon sagen, ey. Nein! Jetzt hör doch mal auf, ey! Du kannst doch auch synchronisieren, wa? Du kannst den Ton ausmachen. Hä, das geht doch gerade. Ja, mit Anlauf. Ist das eine Frau eigentlich? Ja. Junge, wenn du die ganze Zeit mit deinem Kopf in den Wand trinnst, kriegst du auch nicht besser. Weil was ist? Ja, oder so. Nee, geht auch nicht. Ich muss jetzt... Keine Stamina mehr. Ah, jetzt wohl Sasken, na, ist die Ausdauer. Stimmt. Deswegen. Stamina. Stamina, die sind ja auch wirklich runter. Das ist echt geil, ey. Du musst echt nicht so doof wie alle sagen. Ausdauer. Ja, das war jetzt einfach echt... Oh, fick dich! Warum bist du ja nicht gesprintet? Weiß ich nicht. Weil ich so doof, wie wir alle sagen. Du wärst doch rüber dashen, richtig. Ja, genau. Und jetzt. Hö! Der schützt auf Y, hat der Romin gesagt. Nee, die Waffe, mach die ja nicht hier rum. Warte mal. Wir haben ja nicht die Waffe, ey. Wir haben nur die eine. Aber hier war doch was, ne? Was ist das hier? Das sieht gut aus. Ich fehle einen Staub. Ja, was muss man da machen? Weiß ich nicht. Ein bestimmtes Zeichen. Ist ja nicht einfach so da, oder? Doch. Deko. Wie ich tippe. Ja, klopp drauf. Ich hätte schon gedacht, ich werde das. Ich hätte... Es lag mir schon auf der Zunge. Ey, zurück, zurück. Aber da war ja, ja, ja. Ja, war das gesehen. Ist das ein Speer, ne? Ja, aber wie nimmt man das da nochmal auf? Ja, eins, glaube ich, oder? Nicht geil, ey. Nee. Doch, oder? Ach schade, ich dachte, du hast es schon wieder vergessen. Das wäre geil gewesen. Wo ist das Inventar? Wir haben kein Inventar. Ich habe nichts aufgenommen. Nee. Das ist die Sporn. Doch, das sind, glaube ich, Pfeile gewesen für den Bogen. Den wir aber nicht haben. Noch kurz. Was ist das für ein Grafikfehler da oben? Das ist die Herzzahl. Das war verabsichtig, keine Sorge. Doch. Ja, das ist richtig. Das war ich auch. Ja, dann war das Pfeile für den Bogen, den wir momentan nicht haben. Weiß ich nicht. Ist eigentlich nur noch der Robin da im Shit? Was ist denn hier mit dem Mav? Wo ist die Sau? Das heißt nicht, die ist bohnt, sondern die ist bound. Stimmt. Die ist bound. Was ist mit dem Fuß jetzt hier? So weich. So kuschelig. So weich. Ja, gut, der geht doch kaputt, die Scheiße. Wie die groß sind. Kann ich da meinen dicken Onkel mal reinstecken? Hast du mit einem klaren Auge gesagt? Ja, klara, wenn du meinen dicken Onkel bei dir reinsteckst. Die dafür musst du die Rüstung aktivieren. Junge, leck mich jetzt hier nicht ab. Guck ich da jetzt da rüber. Du musst hoch, spring dich ran, hangel. Ja, schau mich doch nicht an direkt, ey. Nur du hast eine Nachzahlung bekommen, hast du. Der feine Herr. Links, rechts, geradeaus. Wär jetzt klarer? Ja, das ist eine Angebildete, wo es auf der A war. Die ist auch schon schwanger mit ihren 17, 18 Jahren. Da komm ich nicht rüber. Ja, die muss früh anfangen. Da musst du es vielleicht nach links schieben. Weißt du, dass du links, da ist auch die Flechte, da kannst du da hoch. Also den Block weiter nach links und nach hoch. Familienzuschlag, wo uns die jetzt habt drei Kinder. Nee, das ist... Doch, glaub mir, du musst da hoch. Mein geübtes Auge sieht das. Wenn du... Erstmal eine Auslagerkredit generieren. Machst du. A gedrückt, teilen und dann oben schletterst du. Die ist total hässlich, ist die. Ehrlich. Die ist total hässlich. Du hast keinen Geschmack. Und Doom isst die auch noch. Warum ist das hier? Doom ist doch gut. Jetzt wollte ich die Kamera drehen. Ypslo. Oh ja, guck mal hinten, da kommen Würfe. Drück Ypslo. Warum rollst du runter? Er trägt Panik und rollt runter. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Dumm f***. Gut, ja, siehst du. Hey, kommen jetzt Würfe, ne? Nee, 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 das stimmt nicht. Nee. Das ist ein... Gar nicht bestätigt. Außen war die so dummes Rechtsspangerboden. Nein, nein, nein. Dumm ist teuer. Da kommen sie. Ich sag nur Seestern. Da kommen die Wichser. Seestern. Dann muss nach rechts, dann kommen die von rechts rüber. Sag nur Boucherle. Ja, aber ich seh doch nix. Ypsilon. Nein, nicht Ypsilon. Sprinte und spring rüber. Wo ist das Problem? Du musst doch nach rechts, oder? Ja, nach rechts sag ich doch. Dann sprinte doch. Spring. Ist ja hier oft zu sprinten. Jetzt klettern an die Liane da runter. Schick mal Insta-Profil. Die hat keine Insta-Bilder online. Ich hab ihr verboten, andere Männer. Alles gut, alles gut. Du bist alles im Griff hier. Mein Gott, ey. Es geht los. Ah, hier ist das Checkpoint. Das ist in Ordnung. Linken, linken Digital-Quote, musst du feuern, ne? Die Kamera ist jetzt auch wieder geil. Es geht los. Es geht los. Jetzt, Heino. Was ist die los? Was ist die los? Weiß ich nicht. Die haben die schon wieder am Angst gehabt vor dir. Sehr gut. Da kommen sie. 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 Ah, ist ja weg. Nein, nicht springen. Schlagen. Hallo. Eee, still aufheben. Aibonanza. Aibonanza. So, genau. Guck mal, wie du blockst. Einfach Y drücken, wenn du jemanden siehst, genau. Blocken musst du auch, ne? Sonst schuldet ein Lime wirklich nicht viel. Ah, war das blocken? Ne. Y. Boah, das ist immer so ein Scheiß hier. Ach, halt mal. Die da hinten kommen auch, oder? Die sind weitergelaufen. Ich glaube, die lila Anzeige, siehst du gerade nicht. Das ist, glaube ich, unsere magische Energie, kann das sein. Für der Boom und Schild. Mhm. Ja. Ach, aber ich kann doch nix. Du bist fast tot. Hast du noch ein Bourgelein? Musst du trinken. Ja, halt das Schwert. Was, Gott, Schild. Ja, kein, kein Dings da. Oh, ne Axt, ne? Ach, Schwert ist, glaube ich, geiler als Axt, ne? Ja, schneller, ne? Ach, aber Energie regeneriert sich von alleine. Ja, ja. Wollen wir so lange im Podcast machen, bis sie sich regeneriert haben? Und wieder hoch. Ja, aber Robin, den Ton in Ordnung, also? Das fragst du jetzt noch sechs Stunden. Ja, weil jedes Spiel anders ist. Ich meine, Spiel zu leise oder zu laut, Bier zu laut oder zu leise. Du kannst ja irgendwie wegtreten, Typen, ne? Ja, das ging auch. Die fallen dir auf den Boden, ne? Genau. Aber Heino macht das schon. Passt alles vom Ton. Okay. Fack dich so ab. Oh, Hammer. Nee, Axt, Doppel-Axt. Flammenschwert, Flammenschwert! Oh, ist so knapp. Linkes Vegetar-Kreuz, da machst du Pfff. Alles besser, bis zu verfahren bei dem Stream. Das stimmt. Weil Justins Katastrophe. Was denn? Mit dem Ton, weil er so laut ist. Von wem? Bei Justin. Vom Justins Ton allgemein oder vom Spiel? Ja, wenn ich bei Justin stream, ist es halt schwierig, den Ton so hinzukriegen, dass man den Hintergrund nicht hört. Das ist eigentlich unmöglich. Scheiße. Ach, du Kacke! Weil, äh, das Mikro hinter dem Monitor steht und, äh, das ist so laut, weil da so viele Leute sind. Habt ihr denn, ähm... Ich weiß nicht, wie man blockt. Musst du jetzt an? Fangen wir denn da an jetzt wieder? Wir gehen weiter. Hier. Was ist das für ein Vieh? Ist das ein Toller oder was, ne? Das ist ein Orks. Geil. Du meinst nicht Stirn-Tasten. Kannst du sagen, wie blocken? So, darfst du blocken. Das hat hier LB, ne? Ne, der hier. Also, ist LB, ja. Okay. Ich muss aber wahrscheinlich... Ja gut, weißt du, unsere, unsere erste Podcast-Folge mit dem alten, mit diesem billigen Mikrofon, weil ich da hinten, da sagt er, oh, ich mega laut, das alt gehört. Oder hier mit dem Blue Yeti noch, bevor ich wusste, dass mal, wo wir erst so Filter einbauen können. Ja, ganz rauschuhm, Mikrofon. Merkst du irgendwann nicht mehr, ne? Aber... Aber achtest du nicht drauf. Kannst du dich immer einstellen hier mit dem Feuer, ne? Stirn-Tasten. Meinst du die oberen Schulter-Tasten? Links? Die Stirn-Tasten, Robin. Hast du ne Waffe? Hast du ne Waffe? Ja, hast du ne. Okay, müssen wir warten, bis die Energie da ist vielleicht. Die magische. Ja, Stirn-Tasten oder Dingsbums-Tasten. Damals diese Stirn-Tasten. Boah, ich seh nix. Damals im Amiga. Ja, das sieht nix, da ist alles super. Kannst du da auch gucken. Brauchen wir den Shit überhaupt da? Ne, ne? Wurde Tablet. Ja. Okay, ist fast leer, sehe ich. Zu 100%. Ja, da kommen die nächsten. Ich würde ja mal reingehen, aber du kannst ja... Damals, wir kommen in den neuen Welt, alter Mann. Ich fand dich gerecht. Ja, hab ich fast gedacht. Einfach ohne Ahai, noch passiert nix. Das ist ein Sprung des Glaubens, weißt du doch. Wie war ich in Jana Jones? No. Kannst du nicht auch rollen? Ich hab fast die Y-Zelon gedrückt. Komm ich jetzt scheiße. Irgendwie ducken. Ah. Da muss ich einen anderen Stick runterdrucken. Schildball! Stick. Stick. Stick die Sau. Mein Gott, warum läuft das so langsam jetzt? Das ist eine Sie übrigens. Auf Y-Zelon duckt man sich, sagt Robin. Na, Robin. Für 100 Bits machen wir das. Wir machen alles nur für Geld hier. Wir brauchen neue Funkstrecken. Die von Senna sind so gut, hab ich gehört. Kosten aber auch 1.000. Was? Ja. Die Gruppen von Senna kosten fast 1.000 Euro, die Funkstrecken. Also eine. Randa. Roll. Was sieht hier aus? Du hast eine Nachtsordnung bekommen, kannst du machen. Aber vom Lobgeld kannst du immer holen. Was für Lobgeld? Ja. Du weißt doch, ich bin noch nicht flexibel. Ich bin noch in der Hülle am Arbeiten. Geh mal näher ran. Das hier ist neu. Vielleicht hat der hier automatisch oder was? Ja, normal sind wir diese Gesichter von Odin. Was ist aber mutig jetzt? Geh mal runter, vielleicht gehst du von beiden Seiten ohne abklettern. Voll damit schon, ja, ne? Ja, ja. Oh, da muss man jetzt oben lang. Ja, ich weiß ich denn nie. Okay, ich muss doch erst hochgehen sollen. Wer ist das hier? Ihr seht mich nicht, oder wie? Ne, der ist nur Deko. Der ist nur Deko. Die Treppe. Aber die können kommen, auch die von hinten, ne? Da lacht er. Ja, ich kann das ja alles nie mitnehmen hier. Da ist ein Fallspitz, also Pfeiler, du hast doch keinen Bogen. Hab ich einen Daffenkopf. So ist wie Cäsar. Ja, stimmt. Ja, vielleicht soll ich jetzt oben lang gehen sollen, dass der Loot lag. Weiß man ja nie. Man weiß, oben ist der Durchgang, unten ist der Loot. Oh, der Treppe. Oh, das ist ein Rätsel. Hä? Toll. Okay. Was toll? Ich muss eh ganz kurz austreten. Wieso ist ich jetzt so langsam? Er macht das schon. Ah, ich glaube, du musst nicht draufschießen, kann das sein? Was Feuchtes? Was? Doch, ich nehme das, was da ist hier. Okay. So was Schmiergelpapier habe ich schon gesagt. Alter, ich glaube, ich gehe doch nicht. Ich kann den Bogen hier benutzen. Boah. Alter. Guck mal, das ist das Symbol. Das haben wir ja auch. Du bist ein Krankmengel, glaube ich. Ja, solche Weicheier. Fabian, was muss ich jetzt hier machen? Bogen aufsammeln? Ich denke mal, du musst, alle Symbole müssen leuchten. Du hast erst zwei. Der Judenstern fehlt noch, was da war. Und noch irgendwas. Was für ein Judenstern? Ja, da ist doch der dritte da. Ja, das ist das hier. Das ist ja, das da. Oh, scheiße, ich habe mich gesehen. Ich habe mich alle gesehen. Bist du im Arsch, ne? Ich habe einen Trick. Jeder Raum, außer der, wo wir zocken. Guck mal. Komm ich durch, ne? Ich schieße einen Pfeiler durch. Oh, ich bin so geil, ey. Oh, ich bin gleich tot. Oh, ganz sicher. Rollen, rollen. Wer ist der coolste in diesem Kackhöhlen-Gebiet hier? Ich. Ich will mal ein Schwert jetzt nehmen. Andere Schwert. Habe ich ein anderes Schwert? Ich habe ein Hackeball. Hier. Ich habe ein Hackeball. Die Orks sind die coolsten da, Robin. Ich habe einen Hackeball. Ein Flammes Hackeball. Man hat doch einen Bogen bei, permanent oder nicht. Wartet mal. Nein, ich habe einen Hackeball geworfen. Aber hinten liegt es. Ach, du brauchst nur mal reindrücken, dann macht sie den. Was ist das für Sidescroll-Jump'n'Run-Mario-Klon? Muss ich ihn fragen. Tut sie zu irgendwas? Du musst irgendwie, denke ich mal, die Symbole irgendwie aktivieren. Du musst die Steine aktivieren, die anderen drei. Ja, aber ich. Irgendwo anders. Und man mögt noch verteilt. Meint sie? Ja, weiß ich nicht. Doch, denke ich mal. Hör mal, Hano, ich habe gerade ganz cool mal die ganzen Pia kalt gemacht. Ich habe auch ganz cool für gleich die Heizung gemacht. Das geht mal cool. Dann kannst du direkt mal 10 Euro hier lassen. 10 Euro? Pauschal 10 Euro für Heizung. Alter, mach die Tür zu. Dein Glück. Du kannst 10 Euro abdrücken für die Pizza. Ein Psychopath, ey. So unglaublich. Ich bin eine Ehre mit dem Joggenanzug, ne? Ihre haben wir nicht behauptet. Auf jeden Fall kamen wir alle angelaufen. Ich habe mich so cool hier reingestellt und habe es alle nachher an der Platt gemacht. Ich habe mich durchgemessert. Das ist aber wirklich eine ganz andere Warte. Von rechts oder links. Ich habe jetzt so einen Hackeballer, habe ich jetzt. Von so einem Kind hier. Ich habe Gänsehaut und den ganzen Körper. Ja, soll ich dich warm rubbeln? Ja. Nee. Aber die Frage ist, wie kommen wir da weiter? Soll ich Clara schon mal herbekommen können? Ja, mach doch. Moin Holz. Sag die Hüsten. Ja, bist du nochmal? Bin der Fabian. Du bist. Wer? Willst du der Vater meines Kindes sein? Ja, ihr mag abgehauen ist. Ja, bin ich doch. Bin ich doch. Du weißt es nur nicht. Oh, neuer 500-Hertz-Monitor kommt raus. Ach, er braucht kein Mensch. Jetzt mal ehrlich. 500-Hertz-Monitor. Soll ich mal eine bezahlbare Grafikkarte rauskriegen? Ja, ehrlich ey. Sind wir jetzt hier im rotlichen Milieu? Oh, meins bricht ab? Er bricht ein? Ja, ne? Garantiert. Ja. Gehe ich jetzt mal hier oben lang. Flamme an. Wollen wir nochmal schieben? Ja. Vermutlich in die Richtung, ne? Na ja, wofür? Um da hochzukommen. Ach so, da. Ja, genau. Aha. Ach. Die kann nicht rennen. Hä? Ja, doch. Manchmal spackt das rum. Alles rot blinkt hier bei mir. Was? Wo? Das blinkt immer rot hier. Das ist normalerweise mit... Ne, das war kein Wackelkontakt. Ist auch noch alles an, ne? Ja, dann machen wir mit das rot. Auf und zu. Ähm. Lach mal kurz, ganz laut. Hahaha. Ne, passt. Ja, es ist meistens dann, wenn du klippst. Lach mal ganz laut. Ja, aber eigentlich, dafür haben wir ja... Ach, hier sind Blitze. Dafür haben wir ja den Kompressor. Also, den OBS. Der hat das ja verhindert. Was denn? Dieses Klippen. Ist der Ton, auch wenn du... Nein! Ja, nie ausgefurzt. Jetzt mal ehrlich. Und dann hieß du noch die scheiß Arschbacke so kacke hoch. Was? Wollt ich ein bisschen anschmiergeln? Scheiß Arschbacke so kacke hoch. Was muss ich jetzt hier machen? Ihr seid doch keine große Hilfe. Wisst ihr das eigentlich? Wollt ich ein bisschen anschmiergeln an dir. Ja, hau mal Gegner. Hab ich doch gemacht. Du glaubst, du musst da unten anlangen. Gehen wir ins Rote, in der Hölle. Da ist der Benni hier. Da wartet der Benni auf dich. Garte, bitte. Guck mal mein Handy. Wollt ich euch... Ah, siehst du, das hab ich vergessen. Bennis neues Buch. Ach guck mal, doch. Siehste, sag ich doch. Du bist ein geiler Typ. Du bist ein geiler Typ. Aber ich will mal zurück, weil... Da ging es ja noch weiter. Okay, ich komm mal zurück. Doch hier. Da ganz rechts gibt's auch runter, sag Robin. Ja, ja, aber ich wollte mal hier lang gehen, weil oben... Hier, guck mal. Bennis Buch. Ich war in der Hölle. Was hast du das denn gefunden? Auf Insta. Wahre Geschichte einer unglaublichen Transformation. Ich musste so lachen, als ich das gesehen hab, ey. Oh, ich bin mal. Einfach durch. Im Wundrücken steht dann so... Scheiß, umkleiden. Ja, genau. Viel zu eng. Viel zu eng. Klamme. Ach so. Ich esse deswegen, weil ich mal zurückgehen. Hast du dem anderen schon erzählt, was der... Was der... Dass der Schroer geschrieben hat von Markus. Wegen den Foodtrucks mit den Etappen. Ach so. Die Etappen. Ja, vielleicht könnt ihr gleich mal vorlesen. Die E-Mail. Haben wieder Leute, die keine Ahnung haben, gute Ideen, ey? Ja. Ich liebe es. Na, in der Gastronomie liebst du wieder wirklich so viel geile Scheiße. Vor allem von Leuten, die keine Ahnung haben, aber ihren Senf dazugeben. Ey, wie kommt man jetzt nochmal ohne Ahnung? Ich weiß schon, wie. Sieht gut aus. Ob man die Brücke wieder einbricht. Ja. Oh, nee. Doch, guck mal. Ja, kurz davor. Ich glaube, du länger stehen würdest. In jedem Beruf. Ja, aber hier besonders. Ich glaube, ich kein Beruf, wo sich mehr Leute, die noch weniger Ahnung haben als andere, selbstständig machen als in der Gastronomie. Ja, weil das so einfach halt ist, ne? Ja. Weil es da keine Regeln gibt. Du musst den Handy legen. Gut Autoverkort. Gut Autoverkort, sei gut. Aber Gastronomie am meisten. Was? Übern drüben. Ja, früher. Ey, die verarsche ich doch jetzt hier. Ja, du warst so langsam. Ich glaube, erstes, ab früher immer dieser, dieser galische, ich kann auch drei Teller tragen. Oder zwei. Ja, ja. Oder so ein kleines Café. Ist mir so ein schönes, kleines Café. Oder das ist mein Traum. Ey, komm ich jetzt runter, ohne Energie zu verlieren? Mein Traum. Ne, ne. Ja, ganz viel. Ach! Das ist so ein Klassiker gewesen. Ach, mit so einem kleinen Café. Nein, komm ich nicht. Das gab es ja bei uns an der Firma auch. Der so, ah, so ein kleines Café, das wäre super. Ja, wenn du am Tag 80 Kaffee verkaufst. Wie so 80? Ja, weißt du, wie so Kaffee du verkaufen musst, um einen scheiß Pakt zu bezahlen? Grübel, Grübel. Ey, nein, ne? Jetzt nicht wieder alles nach vorne. Ja, du hast ja nichts gemacht. Ne, ich habe ja nur die ganzen Sachen aktiviert hier. Du bist nur gestorben. Ach, ey, ich könnte gerade wieder brechen. Ihn rechen. Geh jetzt einfach durch da. Ne, ich muss bestimmt wieder den aktivieren. Ich guck jetzt mal nach. Musst du, glaub ich, nicht. Guck ich jetzt mal. Ja, den musste ich auch aktivieren wieder, den unteren. Ja? Ja. Ja, dann muss er. Ich kriege wieder Höchstwerte. Dann nehmen wir erstmal den hier. Ja, tatsächlich. Wollt ihr eigentlich, ihr Pappheimer hier, ey. Wollt ihr. Siehst du? Ende des Monats kommt eine neue Wikinger-Serie, ne? Ja. Ja, North, man. Ne, Vikings, Valhalla. Ehrlich? Ja. Aber um 3... Nee, doch 23. Ich glaube, ich habe nicht mal eine Malle-Wikings geguckt. Ja, war in Ordnung, also. Ja, war in Ordnung. Am Ende war ein bisschen behindert, als er halt gerade nicht mehr dabei war, aber ansonsten... Ja, das Ende war komisch, okay, aber... Das war richtig komisch. Ich weiß, ich stehe da keine Schlechte. Aber die Seher an sich war schon geil gemacht. Ja. Besser als die andere, wie hieß es, Barbaren, oder was ist das? Ja, das waren... Das fand ich jetzt auch nicht so geil gemacht. Da waren ein paar geile Szenen, aber so, in der Geschichte, aber vor allem der Hauptkampf, der war total langweilig. Und schon, viel zu kurz. Und Vikings Valhalla soll ja irgendwie die Fortsetzung sein. Spielt aber irgendwie 200 Jahre später, glaube ich. Ich habe davon ja nichts gehört. Ja, und Northman? Ja, das ist ja ein abgeschlossener Film. Ja, nicht sehr. Kommt. Sehr viele dunkle Höhlen in diesem Spiel. Mhm. Hau ab! Was hast du da, muss ich rollen? Was wollt ihr eigentlich? Warte mal, ich sch- Oh, ist da runterklettern. Die, gerade macht sie so jetzt nicht mehr. So, jetzt aber. Oh, knapp. Ja, wenn die Frau... Wollte ich ein anderes Wort benutzen? Geh die Hohler, rutsch. Keine Mute. So, die können wir eigentlich scheißegal sein, weil, äh, bringt mir eh nix. Da kamen die alle an und hab' ich mich hingestellt und hab' sie alle weggemetzelt. Wollte haben wir uns gesehen. So, kannst du ihn hinterher angucken. Ey, da fehlt noch einer. Mhm, die Hosenstern. Ja, wo ist'n der? Weiß'n der nicht, hab' ich auch nie gesehen. Boah, ich muss echt die ganze Woche immer durchlaufen. Jetzt kommen sogar alle angeschissen hier. Wieso kamen denn da? Alle. Alle? Ja, weil mich der eine, weil mich der eine da gesehen hat. Guckst du da so doof? Ohhhh. 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 Schweingart. Scheiße. Ah, ja. Oh, ja, ja, ja. Geil. Geil. Auf wen geil, da stehen alle nicht hintereinander, ey. Mhm. Wo gehst du denn immer dahin? Weil die nicht reinkommen. Die brauch' so lange zum Flammen anmachen, eigentlich. Ja, ja. Oh, der ewig wird. So, jetzt ist die Frage, wo ist der letzte? Der ist bestimmt da, wo der Tor hochgegangen ist. Das kann sein. So, hier kamen wir her, da war ja nichts mehr. Oder? Ja, mach' immer. Ich will mal sehen, wie lange ihr braucht, um ein Schwert in Flammen aufgehen zu lassen. Wie? 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 Geht doch schnell. Ein Knopfdruck. Das wird runterfallen, ne? Ja. Ja. Ja, wie viel hier? Ah! 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 Kletter nochmal ganz normal runter, wie jeder normale Mensch auch! Nicht runterrollen, runterklittern! Spring! Sprung des Glaubens! Spring! Überlebt sie! Oh! 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 Mach' mal selber! Oh! Ich mach' mal selber! Wir selber machen, mach' mal jeden Abend! Abends? Mach' mal morgens! Ah! Es geht weiter! Mach' mal, was machst du auch mal hier? Komm! Ich muss noch fahren, ne? Na mach' du jetzt hier, komm! Ich muss aufrufen! Ja, ja! Ich muss jetzt! Komm' mal trotzdem! Ah! Ich mach' mal die Batterien! Aber hier ist bald der Akku leer, ne? Weil, Robin, gleich verlieren wir den Kontakt zueinander! Ne, ne! Wieso? Lass' wir noch! Dann musst' er halt dich umsetzen! Ja, ich hab' 6,5 D-Optrien! Oh, man kommt jetzt! Demo vorbei! Was für ein Dickmo! Ah, jetzt kannst du den Beleuchtungspfeil abkriegen! Ja, super! Wie gut, dass wir keinen Bogen nutzen können! Doppeltippen! Wollen wir mal doppeltippen! Ne, hier! Das ist super! Digitalkreuz! Doppeltippen! Hab' ich doch schon! Nochmal! Hä? Was sind Beleuchtungspfeile? Wahrscheinlich Rohfleischfresser! Bis gleich! Ist okay, ich geh' jetzt gleich eh ins Bett und bin dann auf Fernseher wieder dabei! Ja, durch den Stream laufen ist in Ordnung! Ja, ja! Und, äh, ein paar Bitte oder so! Aber, warum? Ach, selbst officially, ne? Ach, Licht, Lichtwaffe-Kraftige! Ah! Uh! Uh! Das sind mal Blitze! Also, einmal ist dann quasi Feuer, zweimal doppeltippen ist dann Blitze! Ah, ja! Oh, Robin! Nochmal zwei! Ist das wieder zwei Cent oder was? Zwei Cent, ja! Ach, Robin! Also, jetzt mal ehrlich! Für hundert mach' ich die Hose ohne! Für 20.000 muss ich mich gewannen! Für 20... Oh! Irgendwann mach' ich mit! Hahaha! Oh, jetzt ist das Schwertrick! Nein! Ah! Kannst wieder aufsammeln, ne? Muss nur rüber gehen! So! Vielleicht musst du dann weiter gehen! Weiter rechts! Ich komm' noch nicht weiter, deswegen! Mach' du mal hier vielleicht! Ne! Mehr geht nicht! Okay! Ja! Dazu kommen wir auch nicht weiter! Hm! Doppeltippen um die U-Tan-Bayern-Lichtwaffe! Doppeltippen! Geile Übersetzung! Lichtwaffe! Rohfleisch! Vielleicht da hochklettern? Geht das vielleicht? Das war das mit A, ne? Der hat ja schon wieder so einen Troll in dem Blick! Das muss aufpassen! Ja! Wir wollen doch mal jetzt ducken hier! Ehm! Rechten! Ja genau! Mach' ein Blitz! Guck mal was passiert! Vielleicht ob die jetzt richtig gerillt wären! Ne! Zwei Stück! Hält aber nicht lang! Hm! Der einzige Weg der mir jetzt einfallen würde wäre nach oben wo die Rücke hochgegangen ist! Mh! Dass da vielleicht irgendwie was passiert ist! Oh! Oh! Du mit dem Blitzenschwetter! Warte! Gibt's Krümel von der Fresser hier ey! Von der Pizza! Schweine! So gefressen wie ne Sau ey! Was soll ich machen? So wie viel am maximal Zug heute? Sechs! Unglaublich! Da hoch! Ich wollte nen Anlauf nehmen! Ah ok! Das muss aber wieder links lang weil die Brücke da kaputt ist! Ja genau! Ah! Rechts lang komme ich nicht ne? Äh! Oh! Oh! Oh ja! Oh ja! Du kriegst Herzen! Ja! Alle waren scheißer! Ja manchmal schmeckt das wirklich ein bisschen rum! Krieg ich wieder Herzraten? Das ist mal geil! Ja warum man das nicht einfacher machen kann? Dass man einfach nur die Taste drückt! Ja ja! Stimmt! Dass er dann anfängt zu sprinten! Also! Die Taste muss ja so oder so drücken! Ah! Du gehst nicht da oben rein! Ja! Hab ich auch mitgekriegt! Als die Sitze! Der Blitzzeichen! Ich bin doch so fasziniert jetzt! Ne ich will sie sterben und alles von vorne machen! Dann müssen wir da irgendwie runter ne? Oh! Alter! Deswegen auch die Blitzzeichen! Ey das Spiel ist echt nicht übel gemacht! Das muss man wirklich sagen! Abgesehen von der Steuerung! Mhm! Das stimmt! Und dass da manchmal sehr sehr viele dunkle Ecken sind! Ja! Man auf dem Monitor vor allem ey! Ja! Ja ich guck immer nach dem anderen aber... Ja das ist teuer ey! Geizkrase! Ja! Ja! Ja ich warte auf die nächste Donation! Wird wir ja bald raushauen können! Ja ok! Alles so toll! Auf Lobgeld fragtest du ne? Auf Lobgeld! Ja ruhig zum Krieger! Ich muss das nur hinbringen die Wichser! Zuverlässigkeit 4 sag ich mal! Nein! Zuverlässigkeit! Flexibilität! Achso! Flexibilität war das! Wer nur hat ne 1! Wat? Wer hat ne 1? Wer nur! Du verarscht mich jetzt! Hat er uns gezeigt! Auf Flexibilität hat der ne 1? Hat er uns gezeigt ja! Jetzt springt die Meilen wenn er gebrauchtet! Dann macht er mal kurz! Ja! Wenn er krank ist ist er krank! Ja! 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 Wenn er nichts mit der Flexibilität zu führen! Ich habe eingewachsene 10! Oh ne! Entzündeten Nagelsetten ne! Wo schon die Diagnose vorgleich beim Arzt gewesen ist! Ja selbst die Diagnose? Der Arzt fragt ja was haben sie denn? Ja! Er war bei seinem Dorfältesten! Wo kommt denn jetzt? Ich mach ja nix! Oh ne jetzt kommt irgendwas! Ja! Irgend so ne untote Scheiße! Jetzt kannst du mal zeigen! Jetzt kannst du mal zeigen! Du hast ja gerade alle platt gemacht! Robin! Mehr Bits! Jetzt für jeden toten Gegner kriege ich ja 1 Bits spendiert! Merk dir die Zahl wird hoch! Jetzt renn sie weg! Komm! Georg! Das alles? Wie gehen wir mal doppelt hoch? Ach du Scheiße! Er ist Georg! Wann? 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 Bei dem anderen lobt die denn da! Ja bin dabei! Dabei passiert nix! Bringen wir uns für Pfeile glaube ich! Boah super! Das ist Phase zwei! Ich schneide es mal auf! Boah! Wo ist denn Georg? Erwoffen! Entschuldigung! Ich weiß nicht! Er kann nicht schwimmen! Ist das hier unten ist meine... Wo ist denn meine Luftanzeiger? Kann ich das irgendwie Taubenbad aufsammeln? Erhält hat? Ja! Das ist dieses Weiße! Ne da trau mich nicht! Na komm! Hoch, hoch, hoch Wir haben ja noch keinen Boss richtig gemacht War beim ersten Baron gefallen, war beim zweiten Baron gefallen Jetzt machen wir den ganzen Doppelklick oben Was ist das?, was ist das? Ich habe keine Ahnung Hast du jetzt einmal gedrückt oder zweimal? ich habe alles in diesen handschuh da also ich muss ein weg ist gleichsam machen durch durch zu viel das song of iron so was habe ich die rüstung aktiviert geil ich dachte du läufst da nebenher habe ich auch gesagt die kugel hat breiter weiß was die schiene aber die kugel geht so ist nicht wieder überspringen so oder so ne mann die scheiße da kommt die ganze kugel die runde Ja, ist natürlich auch blöd jetzt. Man hat einen Wichs, ey. Junge, fängt die Furtzerei wieder an, oder was? Das war der Stuhl. Das war nicht der Stuhl. Das haben wir nur gehört. Ja, ja. Wo jetzt? Hier so, zack. Oh, geil. Guck mal, hier ist der Checkpoint. So, wo bin ich jetzt wieder? Ah, okay, hier im Kreis die Kugel. Also, mehrere Kugel. Ich hab vergessen, ich hab vergessen. Junge, 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 Junge. Junge, du bist ja an einem Sprung gescheitert. Junge, Junge. An wen? An dem Sprung. Ja, wegen, das ist ja nicht am Pet. Ich mag, Kranplätze können sie verdichten. Ey, warum bin ich jetzt schon wieder hier? Da hinten waren alle Checkpoints. Genau. Kranplätze müssen verdichtet sein. Junge, 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 Junge. Können die eigentlich diese Skandinavier? Die sind auch nicht in der EU drinne, diese Vollidioten. Der ist immer mit dem Kopf gegen Pop. Der fährt so geil, ne? Ich komm jetzt hier nicht... Ja, der dauert zu lange. Kann man hier nichts weiter... Oh, jetzt kommt die ja nicht hoch, oder was? Ich scheiter an den... Das Geräusch, aber... Batsch! Ja, normalerweise müsste ich das am Checkpoint wieder anfangen. Nicht, wenn ich die ganze Scheiß von vorne machen. Ich gehe eigentlich noch viel schneller durch, ne? Halt mal loser! Stop! Jetzt ist noch eine komm jetzt. Okay. Was machst du hier? Alter. Boah, Junge. Die Sau Unten bleib, unten bleib Muss ich auch noch klettern Nee War doch einfach War doch easy Guck mal, so ein Troll runter Ich bin rüber gelaufen, ich bin rüber gelaufen Ah, ich hab's verpasst Kramplätze müssen verdichtet sein Heiß? Kramplätze müssen verdichtet sein Ja, ich will sagen, wir haben auch noch 10 Minuten auf Schlüssel vorbereitet Ihr seid ja eh schon so glücklich Ja, ja, und Justin, ne? Ja, schön hier An der Pfeife ziehen Köpfe müssen verdichtet sein Steht bei uns im Arbeitsvertrag Köpfe müssen verdichtet sein Ich mein, Marsburg können die halten Ich kann bestimmt hier sterben, wenn ich zu lange hochfahre Ja, ihr seid verquetscht Oh, da kommt der Kumpel schon Das ist Ulf Andere Georg Geht's mir hin Ich bin saurend Schön, dass man alles sieht Ja, ehrlich ey Warum brennt die Alte mal so langsam? Also zu schlank wird er wirklich sehr langsam, ne? Da lang Weil mich düngt Da gibt's irgendwas Was war das? Und geschissen Gepupst Ist die Frage Ist es da der Hauptweg Und da irgendwie ein Loot Oder ist das hier der Loot Und da hinten der Hauptweg Immer richtig Ah, okay Die Scheiße Hä? Warte mal Ist da schon so wohl drauf Ah, egal Was sind das? Deine toten Orks Die Seele verbrennt er noch ein bisschen Also der Musik nach zu urteilen wird's jetzt spannend Der Schatten gefällt mir in der Decke Der gefällt mir ganz und gar nicht Hallo, ich arbeite hier nur Der, der die Kisten schiebt Okay Ich bin gleich wieder da Wiedersehen Der kann nur um die Kiste herumgehen Hat der nicht Will ich es langsamer gehen, ne? Ist es nicht nervig Ja So weiter blitzen, ne? Die Seele verbrennen Du kannst jetzt Echt nicht hochspringen Du musst wirklich diesen Scheißblock hier hinschließen Oder was? So ja Ey, das hier Die Räte oder sonst Mal ein bisschen schneller Aber geht hier so langsam auf einmal Ich muss schnell beladen Dann kann man runter Ne, warte mal Ja, komm mal doch her Nee, komm mal nicht her Kann gar nicht sein Das geht's mir ja nicht Komischerweise Das ist doch einer Wer ist er denn? Ich habe erwacht den Heiligen Graal Seit 500 Jahren Ich habe den Pfeil herausgezogen Das ist ja cool gemacht Ach, das ist so eine Hommage an Herr der Ringe Im Moria Wo Pippin auch den Pfeil bei der Zwergleiche berührt Der Typ fällt runter Ach so Im ersten Teil Oh, jetzt kommt die natürlich alle Scheiße Wie im Herr der Ringe Ich will den Wegdrehen Pina, guck mal Alter Ach so Ich drücke jetzt die Tasche deswegen Die Tasche Die falsche Tasche Was Tasche das? Wie war die Tasche? Kannst du schwaben oder was? Aua Du Wichser Guck mal, wir stecken einen Pfeil Ich kann nicht rausziehen Oder auch nicht So Das ist witzig Jetzt muss ich wirklich sagen Also das mit dem Pfeil Das ist cool gemacht Ich habe direkt das Easter Egg Verricht gemerkt Sehr gut Ich auch Ich habe stundenlang Filme gucken gelohnt Ach ehrlich Geil So ein geiler Typ Komm jetzt runter mit dir Warum machen wir dieses Problem? Das haben wir jedes Mal Also irgendwie Sind wir nicht auf derselben Wellen Linge Du und ich Komm jetzt hier runter Ach, denk mich doch Muss jetzt rechts oder links lang? Links Na rechts Sicher? Ja Vertrauen mir doch Ich wäre nach rechts gegangen Also wir müssen wieder neu aktivieren, glaube ich Oh nein, da hören wir direkt auf Dann habe ich jetzt wirklich keinen Bock Ehrlich Wunderbar Ne, ne, abwarten Ja Also das war Song of Iron Song of Iron Wir machen beim nächsten Mal weiter Irgendwann im Laufe der, weiß ich nicht Des Jahres 2022 Es ist immer noch ein gutes Spiel Vor allem die Sachen mit dem Heldring Ich habe mir alle super geil gefeilt Du siehst den Pfeil da raus Er fällt runter Tut da geil Ich bin wohl Fanservice Junge, du darfst nichts sagen Wie sieht es aus wie Versace Schon nachdem er richtig durchgenommen hat Hallo, warum wird hier mal so auf Äußeres gerendet? Sind die bescheuert? Ich kack die gleich hinaus, du Schlimm aus Bei dem Anzug wundert mich gar nichts mehr So, danke fürs Einschalten Wir beenden heute diesen wunderbaren Livestream Danke alle, die dabei gewesen sind Also Robin Schreibt meine Kommentare, wie ihr den Jogginganzug findet Genau Also geordn mal Wahrscheinlich würde ich sogar sagen, den habe ich auch zu Hause Ja, geiler Typ Geiler Typ, ja Ja, wie gesagt, danke fürs Einschalten Bis zum nächsten Mal Tschüss